Aber das war noch längst nicht alles, das Aufre... Hey, hörst du mir überhaupt zu? Was? Oh, sorry, ich hab dich nicht gehört. Ich höre mir Musik an. Unglaublich! Hast du etwa die ganze Zeit mitgehört? Hören bedeutet etwas akustisch wahrnehmen. Man kann jemanden, also eine Person, oder etwas hören. Ich höre etwas. Was? Psst! Ich höre ein Geräusch. Wer ist da? Ich kann sie nicht hören. Können Sie bitte lauter sprechen? Zuhören benutzen wir mit einer Person. Man kann also jemandem zuhören. Ja, und jetzt weiß ich einfach nicht, was ich machen soll. Erzähl weiter, ich höre dir zu. Bei Anhören liegt der Fokus auf das Gesprochene, zum Beispiel einer Erzählung. Man kann sich etwas anhören. Anhören ist immer reflexiv im Dativ. Und wir brauchen ein Akkusativobjekt. Wir müssen sagen, was wir uns anhören. Na, was machst du gerade? Ich höre mir einen Podcast an. Ich höre mir Musik an. Ich höre mir ein Hörbuch an. Und ich höre mir eine Erzählung an. Mithören hat zwei Bedeutungen. Man kann etwas zufällig hören. Also, man hat nicht geplant, zuzuhören. Ich habe keine Haare. Ich habe eine Glatze. Oder man kann auch etwas heimlich mithören. Ups, da passe ich ja niemals rein. Das passt ja überhaupt nicht. Du bist dran. Oh Mann ey, du hörst mir nie. Was fehlt hier? Nichts, der Satz ist komplett. Zu, an oder mit. Schreib deine Antwort in die Kommentare. Und wenn du Deutsch mit mir lernen willst, dann schau dir jetzt den Link in meiner Beschreibung an. In meiner 30-Day-Everyday-Challenge mache ich dich fit und selbstbewusster für deutsche Alltagssituationen. Bis dann! Lerne Deutsch, 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 Lerne Deutsch, 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 Lerne Deutsch!